die 0 was ist das für ein spaß die gewesen alter oh mein Gott ist er behindert ich drück ich schlag einmal in die luft da kommt mir einfach so ein randy oh mein Gott als ob er das jetzt gerade getan hat oh mein Gott und dabei herzlich willkommen zu der ersten folge äh zu einer folge pvp was is you mit dabei ist Jan Akamas Tourist hallo hallo und wir spielen jetzt ein paar Runden Nice Wars 1 jo wie immer steht gerade nur ja steht natürlich da zu ja egal wir müssen uns den einen Punkt jetzt einfach wegdenken also steht jetzt gerade 0 zu 0 ihr seht das wieder rechts beim Levy Mod ich seh ich nicht ich seh ich auch nicht ich seh ich nicht warte jetzt ich seh ich seh ich seh ich seh ich seh ich seh ich alles gut hast du den Euger Gapel gefressen ok Leute 1 1 1 1 1 0 1 0 genau so alles klar und äh ich hab ein Thema so halbwegs dabei und zwar äh sind wir zwar noch ein paar mit die Garten und alle mehr Leute das Geld mehr an hallo Jan hallo Jan hallo Jan ah und der anderen Lügen kenne ich nicht den Spaß alles geladen hallo und der andere ist Paul und der hat natürlich die Top Qualität und ähm die sind einfach so random mit der bei und wie gesagt ich muss mal wieder wie immer oh nein ich hasse das ne wenn man so gerade den Goldaufelssnackt das ist so nervig Alter naomai haaa Achso, ja! Das war dieser Anfang von PvP versus Jugo, natürlich. Oh mein Gott, das ist ja... Oh mein Gott, was ein Zufall. Mega witzig gerade. Das ist ja eigentlich jetzt so eine Art Revanche. Ja, lol, Alter. Okay, das ist eigentlich fast schon jetzt eine Revanche, würde ich mal sagen. Okay, zwei einsteht. Ich brauche noch drei Punkte, dann habe ich gewonnen. Lass mal ohne den Geppel machen, der nervt übel. Ja, danke, genau. Nein. Alles klar. Ja, okay, dann mit Geppel und Angel. Hey, du aimst einfach übel. Du aimst einfach gerade übel. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, dieses Kid, Alter. Never. Jetzt kann ich dich ärgern mit meiner Lava. Das kann ich aber auch gut. Das schätze ich mal nicht. Und außerdem wollte ich mich nochmal bedanken für die letzte Folge, das Feedback auf Community, das war richtig krank. Hör mal auf zu Bootspammen, das ist übelnervig. Wer den Gast-Upload von des Claptops noch nicht gesehen hat, wo ich da war, guckt euch den einfach an. Guckt euch ihn bitte, bitte einfach an. Der ist so witzig geworden. Spam bitte nicht. Spam bitte nicht. Spam bitte nicht. Spam bitte nicht. So. Wir wollen gleich noch eine Runde OAC spielen. Also ihr könnt gerne im Stream vorbeischauen. Wenn, vielleicht streame ich auch heute nicht. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt euch immer 100% sicher sein, dass ich am Samstag streame. Also ob es ein Flammbelschwert ist, Alter. Nein. Das ist ja richtig scheiße. Nein. Okay, 4 zu 1. Oh, oh. Der ist der Punkt. Der ist der Punkt für mich jetzt. Na gut, habe ich gesagt. Du musst es jetzt schaffen. Du musst es jetzt schaffen, sonst hast du verloren. Okay. Hä, warum geht es nicht los? Irina wird vorbereitet, Leute. Oh, 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 oh. Wie lange? Es gibt ein paar. Junge, was ist das? Wow, es geht los. Endlich. Oh mein Gott. Und ich sehe dich einfach instantisch. Geil. Ich sehe dich jetzt. Ich sehe dich jetzt. Ich sehe dich jetzt. Ja, ich sehe dich. Du sagst nur, wenn du ein bisschen angreifst. Ja, ja. Du bist ja runtergesprungen, du Lappen. Nein, Spaß. Alles klar, wie du deine Rage brauchst. Jo. Okay. Das war es von dem Video, Leute. Abkommen rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Bewertungen. Und ciao. Ich sehe dich, 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 dich.